Musik Der russische Mathematiker und Heiler Grigory Grabovoy erklärte in einem Vortrag eine Methode zur Neutralisierung des Coronavirus, wenn die Ansteckung bereits stattgefunden hat. Ihr sollt Euch bemühen, das Licht Eures Bewusstseins mit einer sehr hohen Geschwindigkeit schlagartig in das Innere Eures Körpers einzuführen, und zwar zwischen die Zellen und jene Bereiche, wo Ansteckungsherde existieren. Sie können sich als ein Leuchten zeigen, normalerweise mit einer gelblichen Färbung. Wenn es sich konkret um das Coronavirus von 2019 handelt, gibt es dort im Zwischenzellraum noch Schattierungen von Rosa. Mit einer Willensanstrengung sollte dieses Leuchten bzw. Licht, welches das Coronavirus optisch erzeugt, von den Zellen abgekoppelt und in den Raum neben dem physischen Körper hinausgeführt werden. Und zwar so, dass dieser Raum die Haut des Menschen nicht berührt. Mit der Kraft des Bewusstseins sollte der Druck in diesem Raum so weit erhöht werden, dass die Funktionen des Coronavirus zum Stillstand gebracht bzw. neutralisiert werden. 2 10 20 20 20 20 14 Untertitelung des ZDF, 2020